Hallöchen, Sie zielen auf mich. Hör auf. Nein, gar nicht. Guten Tag, Herr Kaiser. Guten Tag, Minjas. Grüß dich. Würde ich niemals machen. Grüß euch. Ist ja auch unverschämt. Das kann da hinten losgehen. Ja, neue Aufnahmesession. Neue Aufnahmesession, neues Glück, ne? Jeder Sonntag. Ich geh. Wir brauchen dringend eine Chemiestation und Potassium und Kohle. Potassium und Kohle. Kohle können wir von den verbrannten Bäumen holen. Genau, Potassium vielleicht aus Dingsbums hier. Dingsbums. Ah, ich habe nach dem Beton gar nicht geguckt. Siehst du wohl? Es sollte in den, also ein bisschen was ist ganz in der rechten Kiste über dem rechten Zementmischer. Oh, hier ist doch, sieht doch gut aus hier. Ich nehme einfach mal raus, was ich hier so finde. 1800. Wow. Und da haben wir 2500 Benon. Super. Dank meiner ultimativen Aufwerte HD Super Naglerpistole. Super Naglerpistole. Wenn du oben bist, dann komm doch mal kurz zum Minibike. Ja, wo bist du? Da. Unlock. Müsste offen sein. Ja. Guck dir mal den Platz vom Korb an, bitte. Drive, Repair, ich kann da nicht ran, ich kann nur hupen. Kannst du nicht? Nee. Okay, warte mal, versuch nochmal. Nee, da kann ich nur Repair und Horn. Okay, warte mal, dann nehme ich den Schloss wieder raus hier. So, jetzt. Und dann kann ich... Ah, open. Ah, das open mache ich. Ach du, scheiße. Ist das geil. Okay. Das ist ja... Das wird trotzdem nicht reichen. Ja, ich war auf open, dann war das vorher, da war ein Fehler. Okay. Aua, hab mich gerissen. Scheiße, ich brauche Couplestone Rocks. Ah, shit. Shit. Nützt mir ja gar nichts im Moment. Hm, die Pyramide. Ach, ist das dumm. Das heißt, ich muss noch Clay besorgen. Wir haben ganz viel Clay unten in irgendeiner Kiste auf jeden Fall. Ja. Oh, was ist das denn? Wau mal, es gab doch hier einen Skill, irgendwas mit Crafting. Quicker Crafting. Craft. Zum Bleistift. Ui. Quicker Crafting. Oh, hier ist eine Bank. Oh, und ein Working Stift Tools. Sehr gut. Oh. Und noch ein Working Stift Tools. Was, gleich zwei. Und ein Shotgun Messiah ist. Wo ist denn der Clay? Ach hier, ich sehe es. Das ist... Oh, ein Poppenpilz. Und... Was ist das denn? Einkaufszentrum? Nee, auch eine Bank. Vielleicht eben zum Händler düsen. Pass mal auf. Ich hab... Wenn... Wir Glück haben, dann gibt's Chemiestationen, die haben Poppenpilz. Oh, hier liegt Protestium rum. Dann brauchen wir einen Homestern, oder? Um die abbauen zu können. Die Frage ist, ob wir die überhaupt abbauen. Nee, ich glaub nur, wenn wir die selber gesetzt haben. Ansonsten... Benutzen wir die einfach, wenn die geht. Das ist immer die Frage, ne? Wenn da überhaupt eine ist. Und wenn sie geht. Wow. Ja, aber da müssen wir aber dort craften. Das ist ja auch blöd, oder? Ja, von Anfang geht es aber. Okay. Also ein bisschen kann man das ruhig mal machen. Ich geh direkt hin. Da steht echt eine. Hast du eine Chemiestation hast gefunden? Ja, die ist eigentlich immer ein Poppenpilz drin. Die Frage ist halt nur, ob die geht. Warte, ich muss eben was regeln. Können wir nicht abbauen. Das weiß ich nicht. Press E to you. Oh, die funktioniert sogar. Warte mal. Guesscant, die würde echt funktionieren. Okay. Klasse. Okay. Perfekt. Poppenpilz auf dem Weg zum Händler. Und hier ist ein riesen... Ey, diese Gebäude sind echt krass. Wir sind Tag 6. Ja. Morgenabend, also... Ist es soweit. Ist es soweit. Erste Horde. Was wir uns gerade überlegt haben, vor der Aufnahme, wo wir uns besprochen haben, es könnte natürlich jetzt von Nachteil sein, dass der Kaiser so im Affenzahn weggeskillt hat. Mhm. Weil die Horde richtet sich ja immer... Oh, ich hab doscht. Ich bin Level 49. Richtet sich ja immer nach dem Level der Spieler. Und wenn der Kaiser hier bald Anschlag ist, könnte die erste Horde recht interessant werden. Ja. Ich bin gespannt. Oder vielleicht nimmt ihr auch nur den Durchschnitt. Ich weiß es nicht. Ja, das weiß ich auch nicht. Wir werden es erleben. Ähm... Was wollte ich denn trinken, wollte ich? Oh, da werde ich auf dem Rückweg auf jeden Fall mal ein bisschen Schießburve ansetzen. Weil... Kohle... 800 Potassium. Super. Läuft. Also im Feuer dringend ruckelt der wie die Sau. Wer ruckelt wie Sau? Im Feuer, also... Achso, ja, ja, ja. Ich hab im Feuer den Golden Rod. Das ist richtig, ja. Ich hab mir übrigens auch mal Videos angeguckt von anderen Mods. Ähm... Zum Beispiel Wellmord und so weiter. Es gibt ja wirklich Mods, die auch eigene Werkzeuge mit einbauen. Mhm. Und der hier auch. Du hast ja diesen Handreader zum Beispiel. Ja, das ist aber eine Machete. Umgebaute. Achso, du meinst eigene Grafiken auch dann? Genau. Okay, cool. Das für ein hübsches Gebäude. Und da ist noch eine Stadt, ey. Ich drehe am Rad. Ähm... Ich überlege gerade, ob ich Brot machen kann. Kann ich denn Brot standardmäßig machen? Weiß ich gar nicht. Haben wir schon Mais angepflanzt? Ja, ja. Also in der Nähe bestimmt ein Feld, oder? Mais steht ja. Würde ich nämlich das hier mal zu Mehl machen. So, der macht ja eben... Der macht ja gerade Beton. Ah, mach ich gleich. Achso, warte mal. Das Fleisch kann ich aber essen. Das hab ich ja gerade angesetzt. Boiled Beer. Boiled Beer? Also, ähm... Beer. Achso. Ich dachte... Bier. Ja, aufgekochtes Bier. Boah. Das klingt gut, ja. Da sind hier viele von diesen komischen, äh... abgesicherten Kisten in der Wüste. Äh, diese, ähm... Umzäunten, ja. Spawn. Das ist echt cool. Yo, Unambus. Haben wir zwar schon, aber... Da ist noch eine Stadt, ey. Unfassbar. Ja, aber Zombie Zicken erweist sich mal wieder als der Ultimative sieht, was... Glücksgriff, ja. ...lootmöglichkeiten... Wie will man das alles durchloten? Also, jetzt mal ehrlich. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Schwierig, ne? Also, der Weg zum Händler führt durch noch eine Stadt. Ja, da können wir uns ja den, die, ähm... Die Sahnestückchen sozusagen raussuchen. Es ist ein Gebäude verschwunden hier. Ja, irgendjemand hat... Es wurden uns auch Koordinaten in den Kommentaren und sowas geschrieben, wo wir hingehen sollten, äh, um irgendwie geilen Scheiß zu finden. Irgendwie ein Gebäude in der Wüste, weiß ich noch. Das wissen wir natürlich sehr zu schätzen, aber... Nein. Nee. Ich hab kein Scrap-Iron mehr. Oh, da ist ganz viel unten in der Kiste. Ich hab dreieinhalb Tausend erstmal reingeschmissen vorhin. Da ist ein Stadion. Oder so. Genau, irgendwas... Ich weiß nicht, ob ein Stadion... Irgendjemand hat... Also, ihr habt ganz viele Tipps gegeben, wo, was sich befindet und so weiter. Es soll auch eine Sphinx geben. Eine Sphinx? Eine Sphinx, ja. Okay. Hab ich in einem Video gesehen. So, ich glaub, ich hab's gleich geschafft. Hier sind Sachen. Machen wir eine Doppeltür bei dem Eingang? Achso, man kommt ja nicht raus, deswegen. Wir müssen uns mal überlegen, wie wir hier rauskommen über die Spitzen, weil ich hab jetzt das alles irgendwie zugebaut. Ja, wir können ja wieder so einen zumbirischen Ein- und Ausgang machen. Oh, nee, ist es... Hä? Verbranntes Gebiet und Schnee? Alright. Die nehm ich mal mit hier. So. Was? Schalalala. Okay, der Händler ist... Ja, das gar nicht weit weg. so wie es aussieht bin ich jetzt einmal rum mit meiner doppel verstärkten spitzen die frage ob ich auf die höhe 3 gehen zumindest an den teilen wo die spitze relativ nahe sitzen ja du kannst du machen also ressourcen war eigentlich genug das was uns jetzt im rücken hängt ist so die zeiten müssen obwohl es geht auch noch mal so wir sind gut bewaffnet ich mal jetzt mal so die ecken würde ich mal noch eins absichern also eine höher wir mit den umlauf oben den habe ich ja schon beim letzten mal gesetzt das heißt wir haben ja von oben die schussmöglichkeit wenn sie kommen was wir brauchen ist wirklich munition nach mal wenig von das heißt wir müssen jetzt mit der mit der station die munition noch produzieren wenn es möglich ist ja ich schon hier potassium kohle ist gerade irgendwie alles ist echt gut wir haben ja unten im keller auch noch patronen hülsen und so weiter ja der schwarzbauer filtert ach so ok jetzt erstmal zum händler und der ist natürlich genau im arschloch biome tschuldigung ich freue mich schon irgendwie auf die fallgrube ja ich mich auch wo ist denn der hier ist wasser der händler sein wasser ne ich hoffe nicht das kann ja wieder ein abenteuer geben hier ein händler im wasser wäre auch nee also da der ist recht nah und da ist aber irgendwie wasser gerade aufgetaucht und hier ist verbranntes biome beziehungsweise hier minen biome soll die frage wo geht es hier über den teich ach du heiliger bimsel da ist er ne da ist er sich einmal rumfahren okay blöd ich habe auch nicht viel zu euch mitgenommen mit so ein bisschen so doppelte waffen und sowas um das zu verchecken ja genau da müssen geld haben ich bin halt mal gespannt was er so im angebot hat was ja ein ressourcen stein ist es absolut geil was bist du jetzt für ein level 50 hast du mit 26 durch dein borra um gemein und so ja genau so dann könnte ich einmal das rest das rest das rest von dem haus verstärkt mit beton ja was jetzt noch rausguckt ach hier ist eine straße ich fahre hier so am see lang wirklich so so ganz knapp mit dem rad im wasser sozusagen und fahr den berg hoch und da ist eine straße oben so geht es manchmal jetzt weiß ich wenigstens wo es lang geht ich werde gerade mal unsere hütte ein bisschen auf dass falls hier kotze auftauchen sollten die hütte nicht gleich weg schmilzt kotze ja das ist gut das ist nicht wahr ok wie komme ich an die anderen seiten ran da müsste ich mir wood frames främen frame the frames aber die soll mal fische reinmachen ist ja cool fische ja man kann ja auch angeln in der mod also ehrlich ja das ist hier drin vorgesehen hallo spieler sind wir uns auch mit beschäftigen weil das ja gut essen bringen würde da wenn man sonst wasser stört ja wahrscheinlich ich weiß auch gar nicht wie das aussehen kann ich auch nicht keine ahnung habe das nur gelesen in den in der mod beschreibung hört sich sehr sehr interessant an ok was ne tour zumindest bis zu dem gitter wo wir rüber laufen habe ich jetzt mache ich jetzt die warte ich jetzt die wand auf super gespannt wie es gleich aussieht spitz sieht es aus das gut aha noch eine stadt unglaublich was sind das so hinter verloren da ich bin hier voll konzentriert wahnsinn ich auch gerade hier das ist die ganze zeit das aufwerten da ich sehe ihn ich glaube schwimmen wäre schneller gewesen naja au hier muss jetzt echt aufpassen wenn dann so eine spitze gerätst das kann aua machen auch nur ernsthaft spiel was ist das ist ja schon wieder wasser und da drüben ist blödes biom das ist das zerstörte ne gut als hätte wieder jemals pech gehabt genau stellt sich auch ein bisschen an niemals wie viel meter sind noch 400 meter ok ich glaube ich lege mir gleich immer provisorischen schlafsack hin und der händler ist mist wieso weil er so weit weg ist ja ja weil der halt ziemlich schwer zu ereignen ist du musst irgendwie durch drei sehen durchgefühlt und deshalb im bum bum biom im bum bum biom wer kennt es nicht das alte bum bum biom wenn es das überhaupt ist hier warte mal aber so es ist nicht schön das bum 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 biom ich hab 2100 potassium ist ja der hammer wechsel die waffe danke hier gehe ich nicht noch mal hin ist interessant ich habe einen woodframe auf den boden gesetzt dadurch hat es die spitzen angehoben die davor standen ok man kann ja mit den dingern ein bisschen ausgleichen aber so wie beton habe ich noch noch 234 nicht mehr allzu viel also ich habe jetzt den unteren teil des gebäudes habe ich aufgewertet ok und zumindest an den ecken habe ich so sieht ganz gut aus finde ich cool habe ich so ein bisschen noch das gesetzt was ich an cobble stone frames noch hatte dieser concrete läuft durch aber bitte keine hunde bitte keine minen also händlerchen so machst du keinen umsatz hier kreiseren super ich habe den händler endlich erreicht und tag kommen sie doch kurz irgendwas irgendwas schreit hier ach das gibt es doch gar nicht wie viel zombies kommen denn hier durch einmal schreien schon nicht sehr viele oder so sagt nee nee es geht ich überlege gerade was ich schlage aber ich glaube ich nehme den spike club was hat er denn alles hier antibiotika ich würde gerne mal die fünf animals killen dass ich mit diesem scheiß ganz man quest irgendwie weiterkommen ja ja das sehr gut über frames na komm bold bear ich überlege gerade wo man das machen könnte am besten in der wüste wüste ja im bike durch die wüste fahren und siehst du eigentlich schon was da für tiechen rumlaufen oder noch bei münchen sporen 556 kann ich noch nicht hm das ist so geil war es jetzt nicht hier aber ist krass wie viel beton ich jetzt gerade durchge gut wir haben immer noch nicht diese ähm feuchte betonsteine da irgendwie gesetzt weißt du was uns wahrscheinlich ordentlich beton erspart hätte ja mein gott rebar frames gehen auch noch nicht wie konnt ihr rebar frames irgendwie noch nicht machen das haben wir immer noch nicht gelöst gell ja doch irgendwas war das warte mal ja war das nicht mit concrete ne concrete construction genau muss man level 60 offen sein ja und construction auf level 6 haben dann lege ich mir jetzt die battery hin oder nicht construction bin ich auf level 3 bin ich mutig ne komm und das macht dann ach die repair time crafting time minus 47 prozent mhm da investiere ich doch mal gerne ich kann nicht höher als level 4 points to level 6 points to quiet irgendwas stimmt nicht ich höre als level 4 dann hast du wahrscheinlich dann ist dein grundlevel noch zu niedrig oder ne ich höre immer den sound wenn ich drauf klicke als würde ich es kaufen aber es ist nicht okay requirements sagt auch gar nichts verstehe ich nicht sollte aber ich habe keine ahnung ich habe es auf jeden Fall mal erhöht also ich meine okay oh wir sind so so tief drin hier dass wir völlig überzogen haben ach du scheiße zwei Minuten naja kann passieren was machen wir denn für ein hashtag 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 boom boom biom boom boom biom genau boom boom biom biom gut ihr lieben dann sehen wir uns zur nächsten Folge morgen wieder und ich hoffe es hat dir gefallen auch wenn der Spielekaiser angesagt hat hat mir jetzt das mal wieder übernommen alter Egomane bis dahin ciao